Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technik-Helden-Video. Schon seit einiger Zeit ist der Verkauf von verbleitem Lötzinn in der EU verboten. Was sich für euch durch die Umstellung auf bleifreies Lötzinn in der Praxis ändert, erfahrt ihr heute hier im Video. Was für die Industrie schon länger gilt, gilt jetzt auch für Privatkunden. Neu zu kaufen gibt es nur noch bleifreies Lötzinn. Wenn ihr allerdings noch kleine Restbestände an verbleitem Lötzinn habt, könnt ihr die natürlich trotzdem noch aufbrauchen. In der Praxis ist die Umstellung eigentlich keine große Sache. Die zwei, drei Kleinigkeiten, die es bei der Verwendung von dem bleifreien Lötzinn zu beachten gilt, die zeige ich euch jetzt. Die Verarbeitungstemperatur von bleifreiem Lötzinn ist etwa 30 bis 40 Grad höher als die von verbleitem Löt. Zudem ist das Temperaturfenster deutlich enger, indem wir das Lötzinn optimal bearbeiten können. Zum einen ist die Heizleistung meistens etwas geringer, zum anderen sitzt das Heizelement etwas weiter weg von der Spitze. Und gerade beim bleifreien Lötzinn ist es wichtig, dass die Temperatur hier vorne an der Spitze konstant gehalten wird. Auch die Regelungstechnik ist hier relativ träge. Die braucht mehrere Sekunden, um auf eine Temperaturänderung zu reagieren. Und das ist nicht ideal, um damit bleifreies Lötzinn zu verarbeiten. Deswegen lohnt sich hier der Umstieg auf eine digitale Lötstation. Hier haben wir mehr Leistung, eine sehr schnelle und präzise Regelung und ein Heizelement direkt in der Lötspitze. Damit kommt die Temperatur dann auch genau da an, wo wir sie brauchen. Wer mehr über digitale Lötstationen erfahren will, der findet hier auf dem Kanal auch ein aktuelles Video dazu von mir. Die etwas höhere Prozesstemperatur beim bleifreien Löten lässt leider auch eure Lötspitzen etwas schneller verschleißen. Spätestens wenn ihr hier an der Lötspitze keine Löcher feststellen könnt, ist es Zeit für einen Austausch. Bei den meisten Lötstationen ist das aber ziemlich einfach auszutauschen. Überwurfmutter lösen, alte Spitze runternehmen, neue Spitze drauf, Überwurfmutter wieder drauf und schon könnt ihr weiter löten. Bei dem alten bleihaltigen Lötzinn sorgte der Bleianteil für gute Fluss- und Vernetzungseigenschaften. Um diese Eigenschaften jetzt auch bei dem neuen bleifreien Lötzinn zu realisieren, kommt hier etwas aggressiveres Flussmittel zum Einsatz. Und dazu schließe ich das, was in eurem Lötrauch zur Decke steigt. Deswegen achtet besonders bei bleifreiem Löt darauf, dass ihr eine ordentliche Belüftung von eurem Arbeitsplatz habt. Entweder durch ein offenes Fenster oder wenn das nicht sicherzustellen ist, dann durch eine Absaugung. Entweder so eine Lötrauchabsaugung direkt in der Station oder ein separates Standalone-Löse. In der Praxis merkt man ehrlich gesagt kaum einen Unterschied zwischen dem bleifreien und dem alten verbleiten Löt. Sofern man ein hochwertiges Lötzinn mit einem guten Flussmittel verwendet, sind die Löteigenschaften durchaus vergleichbar. Natürlich ist es nicht ganz identisch. Man sieht hier schon, ich glaube, das ist durch die Kamera schwer zu erkennen, aber dass die Lötpunkte etwas stumpf aussehen. Das galt bei dem früheren bleihaltigen Lötzinn ja immer als Indikator für eine kalte Lötstücke. Das ist jetzt bei den bleifreien Lötzinn nicht mehr so. Hier ist durch die andere Materialzusammmischung das eher eine normale Optik. Kleine Unterschiede werden euch auch auffallen im Benetzungsverhalten. Das heißt, wenn ihr große Flächen löten wollt, da fließt es dann doch etwas schlechter oder es braucht etwas mehr Wärme. Da könnt ihr dann einfach schauen, ob ihr statt einem 1 mm Draht einen etwas dünneren Draht verwendet. Zum Beispiel 0,8 mm oder statt 0,7 mm vielleicht sogar 0,5 mm. Damit ihr auch lange Spaß in eurer Löttechnik habt, ist es beim bleifreien Löt besonders wichtig, die Lötspitzen ordentlich sauber zu machen. Da verwendet ihr am besten so eine Messingwolle und piekst den Lötkolben einfach gerade da rein. Nicht seitlich bewegen, einfach gerade reinstecken. Damit wird das Lötzinn von der Spitze abgestriffen und bleibt in dem Schwamm hängen. Kann man auch von Zeit zu Zeit sauber machen. Solltet ihr so eine Messingwolle nicht haben, könnt ihr auch weiterhin euren feuchten Schwamm nehmen. Außerdem empfehle ich euch während Lötpausen die Temperatur eures Lötkolbens von der Arbeitstemperatur auf 150, 160 Grad als Standby-Temperatur abzusenken. Das hilft dabei, dass eure Lötspitze nicht dauerhaft der hohen Temperatur ausgesetzt ist und damit länger hält. Wie ihr seht, die Umstellung auf bleifreies Löten ist eigentlich ja kein Problem. Aber wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr schon umgestiegen oder verlötet ihr noch eure Restbestände? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Das Lötzinn, die Lötstation und die weiteren Details findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.